Ich hab Bock auf ne Trimax, Trimax, Fortnite, Fail, Compilation. Das haben jetzt grad mehrere Leute geschrieben. Best of Trimax Fails, Alter, ich bin gespannt, let's go. Okay, Leute, lass uns die mal reinziehen, lass uns die mal reinziehen, das interessiert mich einfach. Fände ich einfach saunice, fände ich einfach saunice. Ich warte, jetzt müssen wir mal ne Trimax Fail Compilation reinziehen, Leute, auf geht's, man. Man sieht ja auf jeden Fall unseren Kollegen Trimax, der hier gerade... Es ist Zeit für ein Play. ...Supported Creator, da macht Dicking was anderes drüber, da kommt Revince halt erstmal hin, Kollege. Und nicht, ähm, Lock Lock, weil das muss ja nicht sein, ne? So, Emote Chat aus, Leute, auf geht's. Hä, ich bin falsch hier. Das war der Play nicht. Okay, Leute, Trimax hier auf jeden Fall am Tryharden, man kennt ihn. Oh mein Gott. Wo bist du denn? Okay, spielt mit Ama und Romatra. Halt's, Mann, ich bin der schlechteste Spieler. Er hat sich einfach in die Zone rein... Er hat sich grad in die Zone reingezogen. Wieso droppt der die Balance nicht? Was macht der? Was macht Trimax? Oh mein Gott. Hä? Ja. Oh mein Gott. Richtig nice. Trimax, Alter. Hab ich unglaublich die ganze Zeit. Da war's aber vorbei. Zehn Minuten am Stück die richtigen Tasten gedrückt, auf jeden Fall. Also, ich habe gedrückt. Zweimal Tabulator-Taste. Einmal... Zweimal Caps Lock, glaube ich. Trimax hat in seiner Story seine Homosexualität gelegt. Leute, Trimax hat eine Freundin, also... Ich weiß ja nicht, was du hier für einen Scheiß schreibst, aber... Einmal Steuerung, dann bin ich noch auf M gekommen. Einmal die Windows-Taste, Leertaste und Ballons wegwerfen war da nicht drin, leider jetzt. Ja, Mensch. Kann passieren, kann passieren. Alles entspannt. Okay, nice. Gibt ein Counter-Builded hier auf jeden Fall. Da war ein Miss-Klick dabei, das hätte mir genauso passieren können. Lol. Hä? Kann ich so leider nicht akzeptieren. Der hätte 16 HP. Kann er nicht akzeptieren. Der hätte ein hunderter Brett kassiert. Das war aber ein Ghost-Tit, Bruder. Ich glaube, der erste. Der erste war, glaube ich... Also, diese Scheiß in dem Game. Oh nein, Trimax. Oh nein, Bruder. Muss los, Alter. Ich habe das mit. Muss los, Digga. Muss los, Bruder. Was macht er hier? Das ist das, Digga. Trimax ist einfach so ein sympathischer und lustiger Typ, Digga. Ich mag ihn so gerne. Oh mein Gott. Halt's Maul. Bruder. Oh mein Gott. Aua. Ich dachte, der hat ihn zu... Warte, warte, warte. Los, 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 los. Die Rift geht noch wieder hoch. Oh mein Gott. Was macht er? Was macht er? Jetzt geht er nicht in die Falle rein, oder? Falle! Oh. Junge. Max, Junge. Ach, Max, Digga. Okay. Nein, Max, renn nicht in die Falle rein. Fallen sind echt sein Endgegner, wa? Fallen haben sie ihm komplett angetan. Aber er spielt immer im Solo, im Gegensatz zu mir, Digga. Ich habe Angst vor Solo, Alter. Er nicht. Nee, der ist... Was, der kann mich sehen? Ja, klar. Du warst halt voll im Sichtfeld, Bruder. Wie kann der mich denn sehen? Oh nein, Bruder. War ich nicht schlecht von mir? Das war es leider. Drei Leute, das ist ein ganzer Squad. Oh nein. Oh nein, Bruder. Da sagt er nichts mehr, Alter. Oh, Max, Alter. Ich lieb dich. Ich lieb dich so. Es ist so witzig, Mann. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, Bruder. Oh nein. Hey, wie schattet die Waffe nicht so... Das wäre ein Play gewesen, Mann. PC ist scheiße. Hori da gerade neben ihm, Alter. Ich soll eh eh und nicht... Ist nicht schlimm, Max. Ist nicht schlimm, Digga. Das war voll gut eigentlich, oder? Digga, das ist das erste oder zweite Season Fortnite, Mann. Krass. Digga, ich habe fünf Häuser gelootet, ohne eine Waffe. Max, ich gebe dir meine Adresse, dann kommst du mir... Wie spiele ich denn komisch? Ich habe die komplett deklaziert schon. Ich brauche Hilfe. Ich heile mich gerade. 2, 1. Lebst du noch? Nein. Doch, du lebst doch noch. Oh, nice. Gebaut, Digga, aber. Jetzt ist es gerade nicht so... Hilfe, Hilfe, schnell, der ist so überlegen. Der ist so krass. Oh mein Gott, Alter. Er ist ja noch mehr Panic als ich, Digga. Einzelfinale, ja. Okay. Oh nein, sein Kollege auf jeden Fall. Komplett lost er gerade an der Stelle. Okay. Max, ähm... Ach, Max. Ach, Max, Alter. Was macht der? Wollte einen kurzen Edit-Flex machen, aber das ging gewaltig in die Hose. Schneide ich einfach raus, wird keiner auf YouTube sehen. War gut. Vollkommen in Ordnung. Er ist auch so grottenehrlich, Alter. Ich habe 8 HP, ich kann halt nichts in der Zone tanken. Hilfe. Ja, Max. Seine Aussage, Hilfe. 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 Oh nein, Max. Oh nein, Bruder. Das war es. Das war es. Der Disrespect gibt mich so hart. Der Disrespect... Digga, das gibt's doch nicht. Alter, das war schmerzhaft, Junge. Was zum... Oh, Max, Max, ich fühle das so. Ich bin genauso schlecht wie du. Der kommt doch noch in die Zone. Ja, halt's auf. Also, völlig. Ey, der hasst ihn so, der Spieler. Ah, Bruder, du stehst so offen. Du stehst so offen, Bruder. Du stehst so offen, Digga. Mach mal nicht. Oh mein Gott. Ich mach alles raue. Ah, halt's auf. Niemals. Eww. Oh, ja, moin. Man kennt ihn. Da wufft er mir die Granate, nachdem die fünfmal bound, in den Hals. Ja, passiert, Bruder. Das Fortnite war, Alter. Ich will die richtig schön snibbeln. Er steht so offen, Bruder. Es gibt gleich direkt einen Headshot oder von hinten. Oder er rutscht runter. Eins von diesen Dingen. Oh, Max, vorsichtig, Bruder. Oh. Ich sag's doch. Ich sag's doch von hinten, Digga. Ich sag's doch. Schnell Marcel. Marcel, Marcel, Marcel. Wenn man so offen ist, Digga. Das ist ja wie eine Gazelle. Und er ist tot. 27 AP. Deine Time to Shine. Und Platte, Platte, Platte. 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 Nice, Friese. Dankeschön. Platte, äh, F. Platte. Und... Keine Metz! Ich wusste es. Hast du noch Metz? Ich wusste es. Nein. Ich wusste es, deswegen sage ich die ganze Zeit Platte. Oh mein Gott. Oh, Max, Alter. Ich sterbe. Max, Bruder. Ich bin tot. Oh mein Gott. Hm, jetzt habe ich noch 48 HP, aber dafür zwei Kills. Oh, das sind die ersten Runden Fortnite von ihm. Wieso kriegt man schon zwei Meter Sprung und sich schaden? Wollen die mich komplett verarschen? Max, Alter, ich liebe dich. Doppelst so weit runter und kriegt keinen Schaden. Ey, ich kann wirklich verstehen, dass er so viele Zuschauer hat. Er ist einfach echt einer der unterhaltsamsten Menschen, die es gibt in Fortnite. Wirklich, ey. Er spielt das Game auf Mad-Tri-Max-Level, Alter. Also auf Mad-Tri-Hard-Level. Und kriegt es halt nicht gebacken, genauso wie ich, Alter. Und ey, das macht ihn so derbe sympathisch, Mann. Ich mag echt, also ganz ehrlich, Leute. Tri-Max ist so der Type of Guy, wo ich sagen muss, da bin ich echt traurig drüber, Digga, dass er nicht gefühlt nebenan wohnt, Alter. Weil, ich habe ihn bis jetzt erst einmal ganz kurz gesehen bei Baal. Da haben wir auch gar nicht großartig miteinander gespielt. Und ich finde es auch echt schade, dass wir so wenig miteinander streamen. Er ist so ein sympathischer und netter Kerl. Wirklich, Mann. Ich finde ihn so unglaublich funny, Digga. Ich mag ihn einfach. Ich mag, er ist einfach ein grundauf sympathischer Guy. Ich liebe dich, Bruder. Kuss auf dich, Alter. Der Baum hier weg, der nervt ja mal mega. Oh mein Gott. Oh. Was, was? Und der Baum steht noch. Aua. Stirb, Baum, stirb. Toll, hat sich jetzt überhaupt nicht gelohnt. Ne. Oh, der Skin, Alter, der ist es. Max. Da muss ich in Ferrari und ganz schnell los, Alter. Und der Typ ist auch noch Lost AF, Alter. Oh mein Gott. Das ist nicht so okay. Wisst ihr, Leute? Das fehlt mir. Einfach mal ein Mensch, der auch mit mir ständig streamt. Aber sowas habe ich nicht, Mann. Bitte. Bitte meldet euch, Alter. Bitte. Der Zone ist richtig weit, ne? Ja, wir sollten ihn. Da gab es einen Snipe. Da gab es einen Snipe, Bruder. Da stand er zu offen. Ich schiefe dich mal runter. Echt nicht, dass ich Falsschatten fissiere. Und Falsschatten. Alter. Aua. 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 Oh, Max, Digga. Oh Mann, ich mag. Ey, Max, nein. Warum? Max, wieso? Oh, Scheiße. Warum? Ach, Bruder. Oh, wenn er den hittet, Alter. Achso, es war gar nicht. Snipes war nur. Was ist der denn jetzt schon wieder? Sculpt er her. Und der kommt hoch. Der kommt hoch, Bruder. Der kommt hoch. Da ist er. Oh mein Gott. Die haben so... Mann. Mann, der Modus ist gerade richtig scheiße. Ich fühle dich so sehr. Auch in der Explosive-Mode, Alter. Oh, Bruder, warum? Max, ich schwir... Was ist denn da mit der Plan? Oh. Aua. Aua. Gringo ist sauer. Oh, oh. Oh, nee, komm. Komm. Ist alles rausgeschnitten. Nee. Ich hab... Ich schieße mich immer mit Raketenleferern selber an. Das ist halt das Ding. Das kann ich leider nicht. Wenn ich scheiße bin, ich suche die Schultern lieber bei dem Anlass, meine Freunde. Ich würde mir wünschen... Ich würde mir wirklich, wirklich wünschen, dass ich genauso viel Eier hätte wie Trimax und einfach mal eingestehen würde, dass ich absolut beschissen in dem Game bin. Mann, ich wollte unter... Ich spiele ganz komisch, Leute. Ich bin ein ganz komischer Fortnite-Spieler. Ja? Sag ich doch. Ja, moin, Junge. Ich lieb dich, Alter. Ich hab gar nicht hingekriegt, meine Waffe zu wechseln. Ey, Trimax, Bruder. Warum bin ich Platz 3? Warum... Wenn der auf den Boden liegt, musst du ihn finishen. Bruder. Hast du den hochgehoben? Das sagt doch nichts, Alter. Ey. Aber guck mal, Leute. Er ist einfach so mad sympathisch dabei. Das macht so... Guck mal, ich hätte mich so sehr aufgeregt. Ich hätte das Game geflamed. Ich hätte meine Teammates geflamed. Ich hätte alles geflamed, außer mich selber. Aber er schluckt es einfach runter und beweist Größe. Ich kriege das nicht hin. Ich kriege das nicht hin. Ich kann das nicht, Alter. Oh, einfach nur geil. Oh, Jumphead. Oh nein, oh nein. Oh nein, Max. Oh nein. Wie sind denn hier noch Gegner? Oh, Max. Nein, 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 nein. Oh Gott, ey. oh nein das war's das war's man verliert auch kein leben was soll das für ein bug sein oh mein gott oh mein gott wie traurig alter die box digga die box was das für eine todeszone aber das ding ist bei max er hat auch momente wo er extrem shiny ist und extrem gutes man das ist auch immer krass haben wir beide mal irgendwie nur ich habe bedeutend weniger ok was passiert ist mit dem rift ich glaube er springt der am rift vorbei bruder warum sein blick sein blick nur so guck mal auf seinen süßen blick maximal geil okay achtung auf geht's fünf kills stabile runter jetzt ist das so jetzt guck zack zack jetzt das nächste zack zack scat gleich gibt eine die morse gps